Moin Leute, 5 Armeengefecht, Angriffstrupp, wir schauen mal was geht, Booster sind alle aktiv, Magier ist schon Erzmagier, mal gucken ob wir mit mehr reißen oder ob wir jetzt irgendwie mit den komischen Dingern mehr Schaden an den Ballisten machen mit der komischen Faust. Und dann E einnimm? Ja. Mal gucken, in der Mitte ist irgendwie keiner, aber guck mal bei D hat einer eingenommen, aber du siehst bei D keine Punkte laufen. Das finde ich manchmal irgendwie mal sehr komisch. Das Spiel hat so seine Rätsel, ne? Ja genau, also ob man nicht endlos weit, ok hier vorne baut sich einer das Katapult auf. Da ist jemand. Ich hab denen eine jetzt gegeben. Jo, der ist tot und da ist aber noch einer. Ja. Ab da hoch, da sind ganz viele Rote. Sehr gut, da kommt ein Magier. Platt. Da kommt ein Kleriker. Ah, der hat mich weggepustet. Ja. 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 Ich geh jetzt zu B Punkt. Mhm. Oh, die werden auch schon angegriffen. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ja. Wo ist der hin? Ja. 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 Ich hab das KS gemacht, ne? Ja. Die ganzen Pils. Bei mir hängt das Spiel voll hinterher, der Turm ging grad auf einmal so volle Pulle hoch. Ach guck mal, wir haben hier schon unser Ding stehen. Ach guck mal, wir haben hier schon unser Ding stehen. Anschieben. Ja, wir können das noch weiter schieben, ne? Ja, schieb das mal weiter. Brauch ich keine Leiter, ne? Ja, dann können wir vorne das Tor aufmachen. Ich stell die trotzdem auf, falls ich das nicht gelände. Ja, und jetzt mitschieben, seitlich. An den Seiten. Ja. Genau, sehr gut. Dann geht das nämlich deutlich schneller. Aber weil die Roten schon echt so gut geplatt sind, ne? Ja. Ja, gehen wir in den letzten Schlag. Ich glaub, grün wird hier... wir sind ja grün. Ja, grün sind wir. Ah, warte, ich kann hier ne Seilwinde öffnen. Die ist grad unbewacht. Tür öffnen. Jawoll, ich hab ne Seilwinde Tür geöffnet. Mag ich ja direkt kaputt machen. Ja, warte, ich will das auch gleich machen. Ist da noch eine? Weiß ich nicht. War das... Das ist down. Sehr gut. So, dann lass mal gucken, am besten teleportieren nach E, oder wat? Ja, gut. Und nach E? Ja. Nach E. Kann ich meinen... Ich kann mit dem Banner, ja. Und dann zu D? Und dann zu D, ja. Da alle geht's dank. Oh, hier kommt ein lila, ne? Ja, hab ich nicht. Blau hat nicht. Das wird gut gemacht. Oh, ganz viele lila, ne? Ja. Ich würde sogar sagen, ja, die jagen dich. Mich? Ja, wir haben... Gehelfen. Wo seid ihr hingejumpt? Weiß es nicht. Hinten auch. Da ist ein D-Lock. Oh. Die waren... Irgendwie war noch ein lila nach hinter dir her. Ich weiß aber nicht, wo der hin ist. Einen hatten wir geholt. Gegen groß war noch einer denn hier. Der ist doch noch, weil der schießt auf uns. Wo denn? Da unten. Na, hier mischt sich noch ein lila nach ein. Ja, ich brauche Healung. Okay, tot ist er. Da ist noch ein lila nach Magier. Mach ich. Hab ich getotet. Oh, no. Der bräuchte ein bisschen Heal. Ich komm drauf. Ja, ist ja eigentlich zum Sterben gekommen. No, da kommt noch einer zum Sterben. Die wollen unbedingt diesen E-Punkt haben, oder? Anscheinend. So, wir müssen jetzt mal hier D einfach hin da. Singen? Nee, erstmal, die kommen gleich gleich alle neu hier. Ja. Ah, scheiße. Was macht der Magier erstmal kaputt? Oder die Klerikerin. No, hier ist ne Klerikerin, die mich haben will. Knappe besiegt. Sehr gut. Ich nehme jetzt das Tor ein. Ja, wir haben sechs. Ich glaube, das wird was. Oh, Gelb ist gleich platt. Blau wird auch schon attackiert. Dann gehen wir jetzt bei Blau mit rein. Und du musst gucken, wenn da noch seitlich gleich ein Tor zu ist, musst du zu einem Tor laufen und die Seilwinde bewegen. Am besten läufst du gleich nach dem linken Tor oder so, weil das rechte sieht oben auch schon aus. Ja genau, links und dann guckst du, ob da irgendwo die Seilwinde ist fürs Tor. Ja, ich glaub schon. Da hat nicht so viel los hier. Ist Tor offen schon. Okay, dann hast du Pech. Dann komm ich zu euch. Einige Blaue. Yo, yo, yo. Ich hab's gesehen. Gezieht euch zurück, oder? Ja, bringt dir nix. Wir brauchen Unterstützung. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. No, wir müssen zurück nach D, die nehmen D ein. Oh. Hinter dir ist ein Mager, ja. Hinter dir ist ein Mager. Hinter dir ist ein Mager. So, und ab nach D. Das ist kein Spaß. D haben die komplett eingenommen, die rennen wieder weg. Die rennen nach E. Lass D wieder einnehmen. Ich brauch Heelung. Ja, ich komme. Ich schick denen mal so ne Hammerfaust hinterher, hab aber keinen getroffen. Komm, ich komme. Zu mir. Soll ich mir Heelung geben, wenn du weglaufst? Ja, ich wollte ihn erstmal kaputt machen. Ich glaub, wenn so wenig Leben... Ja, ich... Ich... Ich wollte es halten. Tut mir leid. Das war... Selbstmord, man. Oh, komm. Ich krieg ihn nicht. Achso, ich leb wieder. Na, sehr gut. Ich hab's glaub ich gehalten. Seh keinen mehr. Nein. Ich teleportier mich zu D. Web-Sperrung. Scheiße. Mich in meinen Lo... äh... heilen? Äh... Wo bist du denn? Wiederbeleben? Wo liegst du denn? Ich seh dich nicht. Egal, ich bin gleich tot. Alter Schwede. Okay, die haben mich überrannt. D und verteidigen, oder wat? Naja, D haben die sich geholt. Okay, was sind denn das? Wir sind ja nur noch... Okay. Wie sieht denn die Karte aus? Ich bin hier ganz alleine. Ich geh erst so einfach nach A laufen. Weil ich glaub hinter mir sind sauviele. Na. Die sind jetzt alle bei mir nicht. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, wir müssen erstmal nach F. F wird jetzt gleich von Blau und Gelb angegriffen. F? Ja. Ich komme mal aus der Basis rausgerannt. Richtung F. Weil wir werden sonst gleich von Gelb überrannt, hab ich so ein bisschen Schiss. Ja. Ich hab grad eins gegen eins. Gegen den Magier. Aha. Das dauert ziemlich einfach. Ich mach hier die ganze Zeit irgendwas Solo einfach nur. Okay, ich hab... Ich überlebe auch noch. Wir müssen mal irgendwie gucken, die laufen die Leitern hoch. Die kommen jetzt bei uns geradeaus durchs Tor. Also zurück in die Base und dann... Oder ne, ich komm von E von hinten gerannt. Richtung F. Von E Richtung F komm ich. Oh. 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 Ich komm, ich komm. Ja, ihr seid ja auch alle hier. Seid ja auch alle hier. Ist gut. Ja, aber die sind bei uns am Tor schon. Wir müssen weiter zurück bis zum Tor dann. Wo soll ich hin? Boah, das gibt es wieder nicht. Ich mach meine Attacke... Und werd wieder zurückgestoßen, ne? Schon wieder. Das gibt es einfach nicht. Wieso können die alle meine Attacken komplett abbrechen? Wollen wir dann nicht nach dir gehen und dann blau angreifen von der einen Seite? Na, ich weiß nicht. Gelb macht uns grad ziemlich. Die sind bei uns in der Base, ne? Also wir müssen irgendwie auch ein bisschen verteidigen. Wir dürfen jetzt nicht zu sehr auf Angriff gehen, glaube ich. Weil die kommen nämlich hier mit allem möglichen durch. Und wir müssen irgendwie so ein bisschen unsere Türen und Tore wieder aufbauen. Wenn das geht. Na, wieso können wir denn? Weil die hier mit dem Ding hier stehen, oder wat? Wir müssen irgendwie die Türme direkt vor unserer Base platt kriegen. Gelben werden gerade angegriffen. Ja, ich bin ein Kern des Gelben. Okay, sehr gut. Ich bin schon wieder gefallen, warum auch immer. Ja, ich bin tot. Ich glaube, wir können uns jetzt auch ein bisschen... Ey, wir sind in Führung, weil blau kriegen alle auf die Mütze bekommen jetzt. Na, bei E rennt wieder irgendwie ein Gelber rum. Gelb hat Kataklysmus, okay. Hier ist noch ein Tor zu. Warte, das will ich von außen öffnen. Ich kämpfe gerade mit dem Gelben gegen die Blauen. Lass mich mal da rein. Wieso? Na, ist egal. Mach ich das so auf mich. Wieso rennt der Gelbe hier? Sind wir mit Gelb verbündet? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Okay. Das war gerade so eine Abstimmung. Okay, weil... Wir haben gerade Gelb den Arsch gerettet. Wir haben Gelb eigentlich kaputt gemacht. Und jetzt sagt Gelb, Hauptsache Blau kaputt. Naja, aber gut. Wohin hab ich denn hier lang? Lieber nur einen als zwei Gegner, ne? Ja, Blau machen wir gerade kaputt. Ja, Blau ist zerstört. Wir sind schon wieder gegen fünf, oder? Ja. Wot war das denn jetzt wieder? Wovon wurde ich denn? Gibt's hier ein Friendly Fire? Jetzt. Jetzt müssen wir Gelb platt machen. Ja, die Gelben kommen hier raus aus der Festung. Ah. Finisher. Ich geh zu K. Ich geh zu K. Na was? Na was? Hier sind nur zwei Gelbe, die uns auf den Sack gehen wollen. Na, das gibt es nicht, ne? Wollte ich noch wieder beleben, aber... Ja, ist doch scheißegal. Da müssen wir so zu Gelb. No. Zu K würde ich mal hin. Ich glaub da geht's gerade ab. No, von K oder wir kommen von J. Von der zweiten Seite. Wieso werde ich denn schon wieder getroffen? Wieso werde ich denn schon wieder getroffen? Ich seh überhaupt nicht, was hier abgeht, ne? Ich knall hier einfach alles rein, was ich hab. Ich krieg hier Damage wieder vom Feinsten, ne? Okay, kann mich einer wiederbeleben hier von den Leuten? Ich lieg hier irgendwie an dem einen Haupttor. Okay, irgendjemand wollte mich wieder beleben. Ich lieg direkt neben dir. Ja, warte, ich belebe dich wieder. Ja, bin schon wieder belebt. Perfekt. Da kommen welche von den Burgmauern runter. Ja. Das gibt es nicht. Ah, sehr gut, ich wurde wieder belebt. Mehr. Sehr gut, danke dir. Hier liegen so viele Tote von uns. Oh, ich bin down. Ja, nie. Ja, das gewinnen wir. Ich glaub nicht, dass hier noch so viel Damage macht. Na, weiß ich nicht. Im Moment ist das gerade echt hart umkämpft alles. Aber wir haben echt viele Kleriker hier, die wiederbeleben. Das ist echt mega geil. Ich geh da jetzt nach oben. Ich komm da gar nicht hoch. Jetzt falle ich auch noch. Okay, sehr gut. Wir haben schon wieder 5 Bar Karte gewonnen, ne? Ja. Dann sind wir da gut. Ja, ne? Ich war eigentlich ganz zufrieden mit meiner Leistung. Ja. Ja, aber ich hab kein Burgtor geöffnet. Aber du hast es geschafft. Ja, ich wollte grad sagen, ich hatte Glück, dass da auf der einen Seite... Ich hab das nur gesehen, das Tor war noch zu. 50. 50 da. Wir wären fast Truppenrang 1 geworden. Da fehlte nicht viel. Ja. Ja. Keine Schulterstütze, gute Brasche, also war ne gute Runde. Ja, aber wir haben auch, man muss bedenken, die anderen platt gemacht. Richtig. Schon frühzeitig. Mhm. Geil, ich hab Lila ne Kriegssammer für die Klerikerin. Objektschaden zu 3x+. Ah, meine Klerikerin ist jetzt ja Level 3. Ist doch gut. Äh, jetzt kann ich ja in 3. Stufe. Ich hab mit meinem Ritter, hab ich 50 Erfahrungspunkte geholt. Oh, herrlich. Aber die Klerikerin, die dürfte jetzt auch 2. Stufe. Herzmagier hat diesmal gut gerockt, äh. Die halten dann halt die nochmal. Diakonisse, aha. Ja. Ah, Titelrang 2. Das ist auch 2. Ne, die Heilige Schwester, ne genau. Diakonisse. Stufe Line. Jetzt wird sie noch stärker, ne? Ja. Ja, dann kriegst du immer mehr AP. Dann kannst du immer bessere Sachen ausrüsten. Okay, 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 okay. Wollen wir die hier erstmal nochmal im Rang aufsteigen lassen? Warte. Warte. Ich hab ne Siegesrate von 60% bei 5 Armeen gefecht. Und heftig. Und bei der 2 Armeen nur 23, aber PAD zählt ja auch halt als PAD, ne? Mhm. Mhm. Was für Aufträge hast du jetzt als letztes? Äh, warte. Ich muss glaube ich noch einen verkaufen. Ich hab noch keinen verkauft. Ist egal was du verkaufst. Da steht Ausrüstung. Oder kaufen. Ne, Entschuldigung. Ich muss kaufen, so. Ich hab irgendein total billiges gekauft. Ah, ja, ja. Jetzt hab ich natürlich, äh, zwar mehr Punkte, aber ich krieg immer noch nicht meine beste Ausrüstung in die Klerikerin rein, ne? Warte mal, obwohl ich hab 3.250, ich kauf mir jetzt einfach nochmal 5 Booster. Und Ausrüstung. 5 Belohnungsbooster kaufen. Ich glaub, die sind am besten, ne, oder? Ja, du kriegst halt einen Gegenstand mehr, ne? Und das ist halt, glaub ich, recht zufällig. So, Aufträge abgeschlossen. Belohnung erhalten. Ah, nix aufgestiegen, aber Erfahrungspunkt. Und jetzt hab ich noch, führe einen, einen Abschlussangriff aus. Achso, mit F, okay. Passe das Profil deines Charakters an. Gib deinem Charakter ein Deck-Symbol. Aha. Und spiele einmal im 5 Armeen-Gefechtsmodus. Und dann gibt's mythische, dann gibt's mythische Schriftrollen, 3 Stück. Ja, das ist doch richtig geil. So Leute, das war ne gute Runde. Wir sind gut ausgestattet und wir schauen mal, was mal so geht. Wenn ihr weiterhin was sehen wollt, schreibt gerne die Kommentare, wie es euch gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.